Das Gründerstipendium bieten wir an, weil es eine Möglichkeit ist für die Stipendienten ihre Geschäftsidee, die nicht nur im Kopf ist, sondern jetzt auch tatsächlich zu verwirklichen und weil wir neue innovative Startups hier im Rheinkreis Neues und im Kreis 4 benötigen. Das Gründerstipendium halte ich für ein super ergänzendes Instrument im Bereich der Fördermittel, weil sie zum ersten Mal eine monatlich kontinuierliche Förderung bekommen, mit der sie ganz anders planen können, als wenn sie Projektmittel hätten. Das heißt, sie geben dem Gründer eine ganz andere Sicherheit, dass er in dem Jahr etwas ruhiger arbeiten kann. Wir haben das Gründerstipendium bekommen und das eröffnet uns Riesenmöglichkeiten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir finanziell unterstützt werden und das heißt für uns, dass wir Vollzeit in unserem Unternehmen arbeiten dürfen und am Anfang des Unternehmens ist das natürlich sehr wichtig. Ja, das Besondere an dem Gründerstipendium ist das, dass es nicht nur eine Geldleistung ist, sondern dass im Prinzip halt durch den Coach noch rundum begleitet wird. Das heißt, die gesamte Gründung wird kostenlos mit jemandem, der Erfahrung hat, der ein Netzwerk hat, begleitet und das finde ich eine ganz tolle Sache für den Start. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß, die jungen Leute zu erleben, wie die Begeisterung rüberkommt. Ich selber bin auch begeistert, das zu machen und es macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß zu erleben, wie etwas gegründet wird und wie etwas uns laufen könnte. Ich glaube, einen besonderen Stellenwert haben für uns auch nochmal das Thema soziale Innovation, weil soziale Innovation natürlich nicht nur für das dementsprechende Start-up etwas abbildet, sondern natürlich auch einen gesellschaftlichen Wert jenseits der Wirtschaftlichkeit darstellt. Die Präsentationstermine werden ganz bewusst etwas lockerer gehalten, damit also wirklich auch eine kreative Atmosphäre entstehen kann. Die Gründer sind dazu aufgerufen, innerhalb von fünf Minuten ihre Ideen sehr kompakt zu präsentieren. Danach haben wir nochmal die Möglichkeit, fünf Minuten Fragen an die Gründer zu stellen. Aus diesem Konglomerat ergibt sich dann meistens schon eine ganz gute Basis, anhand derer wir die Gründungsideen bewerten können. Also gefördert werden Gründungen in Nordrhein-Westfalen, die besondere Alleinstellungsmerkmale besitzen oder einen innovativen Charakter haben und diese Alleinstellungsmerkmale müssen neu sein in Bezug auf die Region. Wir müssen den Impuls von Gründern und Ideen von unten, von den Kommunen aus nach oben tragen und die Bündelung auf der Kreisebene halten wir dafür für richtig und je stärker wir uns zusammen in dem Netzwerk aufstellen, desto größer werden wir Wirksamkeit erreichen. Wir haben dadurch viele Start-ups kennengelernt, viele Unternehmer in der Gegend und das ist für uns sehr wichtig. Wenn du eine neue Idee hast, sei es ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung, die innovativ und zukunftsorientiert ist und die es hier in der Region noch nicht gibt, dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.